hallo herzlich willkommen youtube ich bin es wieder mit let's play daisy stone stand alone version und wir sind wieder hier an einem schönen tag oder auch nicht der male steht noch vor mir der maß ist auch dabei der letzten part vorletzten part gestorben ist dass wir weiter den sammeln gleich ein sag mal hallo hallo und zwei neue spieler bronco und hier noch eine weibliche begleiterin die auch angefangen hat die war nur bis jetzt als kommentator immer dabei ein bisschen und jetzt spielt es im hintergrund ja genau und jetzt spielt es auch um wir sagen wir sie jetzt erst mal wieder ein der film ist kommt nachher der ist gerade am essen ich habe drei abonnenten für kai ja drei zombies wahrscheinlich ja also dann laufen wir los drei häuser und nicht ein einziges dingens zu mitnehmen das kann ganz normal sein Prozent der super nicht hier in der noch nicht höchst werden kann man auch schränke öffnen bühne zum erluten oder nicht vielleicht ein bisschen was es baust und trinkbares mitnehmen für die schweifers so lang durchhalten also ich bin gleich Zellner groß ohne die ist und ist ich gehe mal ins nächste zu gucken wenn wir uns nicht an die Wurz Köln Kühlschränke die sich nicht öffnen lassen du hat er mit dem Motivien bis hier es ist die Blut auf meinem einen eine draufhalte wenn wir sie würden und wenn es so ist sie eigentlich ich finde nie wir haben eins gefunden m auch nur auf Militärbasis dann oben im Norden wenn er die Erwaltlich im Krieg durch den Boden aber wenn man das noch mal wenn ich gar keine gucken glaubt ihr wird ich bin glaubt ihr wird sein aber was oder lauf der überwiesen werden dann über Zellner Gorsker Ja, da bin ich jetzt gleich, dann lade ich den. Ja, wir müssen jetzt mal runterkommen, also von dem her. Schuhe und ne verorteter Apfel. Yeah. Ja, gar nicht Obst. Das ist was für Minato. Das ist gar nicht gar nicht Obst. Stimmt, der fehlt ja auch noch. Der hatte ja keine Zeit. Bronco, wo bist du? Ja, genau. In nem Haus. Oh, hier ist... Ei, 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 wir müssen hier aufpassen, Izzy. Okay. Häuser offen und keine Zombies da. Bei mir sind auch alle Häuser offen und keine Zombies da. Oh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, sind so ein paar Stück auf dem Server. Wo bist du Izzy? In nem Haus. Kann ich sein, glaube ich nicht. Ich seh dich hier nicht. Nur noch in dem gleichen Haus wie gerade eben, oder nicht? Nein, nein, ich bin jetzt hier vorne fast am Ende. Vorne fast am Ende. Den Trampelpfad runter, oder wie? Den Weg da. Komische. Ja, die Hauptstraße von dem Dorf, oder diesen Trampelpfad da? Die Hauptstraße. Und da gerade am Trampelpfad an der Kreuz umstehe ich jetzt. Na, warte, dann guck ich mal. Ha. Entweder krieg ich ne Serverunterbrechung, oder mein Rechner macht irgendwas komisches. Warum? Ich hab ne rote Kette im Bild. Das kann vom Server einfach sein. Da seh ich dich. Da bin ich um. Oh, schon. Ach, da. Ach, da, okay. Da bin ich zweiter. Ah, na. Die Häuser lohnen sich hier gar nicht. Nicht wirklich, ne. Sagen, rennen wir durch, oder? Aber essen wäre auch mal irgendwann nicht mal schlecht. Bei Essen hab ich echt nix mal, wenn irgendwann, aber doch, hab noch. Ich hätt gerne ne Geschlechtsumwandlung, ich wär gern weiblich. Ich hab noch ein komplettes Päckchen Reis mit 80% und 100% Cornflakes. Ja, irgendwas essen oder trinken wär jetzt mal toll. Ja, ihr müsst da aufpassen, wenn das, wenn das healthy, ähm, das healthy sag ich schon, das energized und heated oder hat Hangwee und so, als die rot wird, dann wird's kritisch. Yay, ich sterb bald. Dann geht's in den Abbruch, in die Hölle. Ich bin jetzt schon wieder gelandet. In Daisy. Nein, in Daisy Standalone. Alpha medischen, early access. Early access. Aber sonst habt das. Die Typia scheißer. Da ist alles zu. Trägt nur die Müll ab vor. Also, Zöllnergurz ist nicht die. Ich hab, ähm, ich hab nen, Gas, Ohr und ne Gas, Gas, äh, Ding gefunden. Cool. Na, wieso findest du andauernd irgendwelchen Gedöns und ich nicht? Ich wär mal toll, wenn ich was finden würde, was ich gebrauchen kann. Weil er in die Häuser geht, wahrscheinlich. Ja, was meinst du, wo ich auch reingehe? Ganz mutig. Ja, die sind alle gelootet dann. Ja, da sie noch zu waren, sind halt Häuser, in denen nichts ist, weißt du. Super, ich hätt hier ein Auto. Darf ich Auto fahren? Noch nicht, kommt später, in dem Spiel. Äh. Offene Tür heißt meistens, da war schon jemand, oder? Da war schon jemand drin. Nicht immer. Aber immer öfters. Ich hab alle Türen hinter mir immer zugemacht. Und das regnet wieder. Yeah, yeah. It's raining men. Oh, hallelujah. Ich hab' mir. Doch, wenn die Waffel... 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 Ne, will ich den jetzt aufheben? Wenn du die Umgebung anklickst, dann mit der Maus reinzuladen von rechts klicken. Also, er liegt direkt vor mir, und das ist mein Bild. Du kannst es dir gerne mal anschauen. Geh mal weg, mach mal zu. Ja, was, jetzt wegmachen oder zumachen? Naja, Rani, du musst noch weiter vorlaufen. Genau, da ist der Zombie vor uns steht, der hat so nicht gesagt. Ja, schön. Jetzt hast du. Haaaah. Und wo zieh ich denn jetzt? Auf deinen Charakter einfach, dann zieh ich dann an. Ha! Ja. Blau? Nein, weiß. Gelb? Schwarz? Wo, 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 wo? Geh weg. Nö, ich geh nicht weg. Aber die Handschuhe kann ich nicht aufnehmen. Nein, dann war ich wieder abonnent. Boah, Zombie. Aber deine Zombie hat das nicht bemerkt. Ne, der Militärzombie, der war blind. Wieso kann ich die, wieso kann ich die Handschuhe nicht nehmen? Entweder zu weit weg, oder sie sind verbuggt, wenn sie irgendwo liegen, wo sie nicht greifbar sind. Jetzt hab ich sie. Du hast, wenn du deinen Bildschirm anguckst, hast du einen kleinen weißen Punkt. Das ist dein Sichtfeld. Wenn du so einen Tab nicht hinbekommst, guck, dass du den weißen Punkt da draufkriegst und drückst dann F. Dann kannst du die Treiber also auch aufnehmen. Ich hab Zellnock was für mich alleine erobert. Ja, ich hab selbst rausgefunden grad. Ha ha! Aber warum bist du eigentlich wieder so schnell, Easy? Ja. Ich cheate. Hacker! Noob! Oh, noch in die Hände. Wenn du die Fäuste hochnimmst, dann bist du schneller. Speedy. Genau. Oh, cool! Und Seil! Oh, man, die Zombies gehen so richtig. Da kannst du jemanden mitfesseln. Alter, ich hab, ich hab Ding, wie heißt es? Die... Da hast du mir die Sicht versperrt. So ein Kartoffelsack. Hast du einen Sack gefunden, oder was? Schöno Bock! Nach... Hurra! Schwarze Farbe! Kannst du Waffen mit einsprühen. Oder Muni. Äh... Nipporobock! Nipporobock! Wobobobock! Wobobobock! Nipporobock! Dann... Dann wieder zurückrennen. Ich kotze gleich ein Dreieck. Na, ich sage da, wer ist dieses Schild? Malhe? Was denn? Warum kann ich das nicht aufnehmen? Easy, warte mal, geschwind! Mensch! Sprühflasche, du hast keinen Platz. Sprühflasche, nimm doch keinen Platz weg. Dies nur zum Waffeneinfärben. Brauchst du nicht. Hallo? Jemand zu Hause? Ja, ich komme mal zu euch. Das ist ein Baseballschläger. Tragen Motorradhelm in grün. Bring mir mit! Ah, nicht den Motorradhelm, sondern den Baseballschläger. Ich habe nur Platz für den. Oh. Ich habe keine Ahnung, wo ihr es seid. Ich häng hier fest. Feierabend. Pack ihn mal rein. Dann, dass er sich einpacken lässt. Zombie! Lauft das Balota oder irgendwo? Nein, der lässt sich nicht einpacken. Zombie kommt. Naja. Okay. Schieß den aber nicht um den Haufen. Nicht, dass wir uns hier noch... Also komm, lass weiter. Wenn die Scheune immer reinschauen, weil da sind immer Waffen drin. Wohin? Wo laufen wir weiter? Hier lang. Oder müssen wir nach rechts? Müssen wir nach rechts, oder? Normalerweise. Ja, wenn wir zum Flugfeld müssen, müssen wir nach rechts. Wenn wir nach Balota wollen, müssen wir da jetzt bleiben, wo wir jetzt sind. Also ich chill jetzt auf dem Heuhaufen. Er chillt auf dem Heuhaufen. Ich glaub's ja nicht. Find mal einer das Wasser ausschalten. Welches Wasser? Ja, ich weiß, dass du extrem hungrig bist, du verdammtes Viech. Guck mal, der Zombie macht Patzen. So. Wie lang gelaufen? Keine Ahnung, ich häng ja fest. Es stirbt der Ding gerade. Ja, ich glaub's auch grad. Ist doch schon oft passiert. Cool. Bist du doch auf der Straße? Malle? Bin grad hinter dir. Ah. Okay. Weiß zwar nicht, wo ich hinlaufe, aber ich laufe einfach mal. Bist'n du jetzt hin? Bist'n du jetzt hin? Ich erzähl' ich dich nicht. Ich weiß nicht mehr. Ich war's ja. Jetzt vorne an der Straße. Jey, mein Spiel leckt. Ja, vorne an der Straße? Du warst grad eben noch bei weißen Häusern, hey, du. Ah, hier glitscht wieder alles, hey, oder? Weil Tripp hat Hunger wie nix. Also ich seh' die Industrie. Bist du? Eh, die Tür. Ein extrem wie Hungry. Das klingt nicht gut. Ja, klingt's bei mir seit zwei Stunden auch noch nicht. Da, seh' ich. Bist du? Rechts, guck rechts. Ach, da. Ich hoffe, ihr kommt zu Zellner, Gers. Da unten ist er Ciano. Alter, wo seid ihr? Ihr müsst halt hier hochlaufen, oder? Ja. Dann links im Normalfall. Dann kommen wir zumindest mal wieder irgendwann am Flugfeld vorbei, oder? Kurze Frage. Also darf ich wieder auf Palota zurückrennen? Ja, Schatz. Soll ich in Richtung Meer gehen, oder soll ich in Richtung Landesinnere gehen, weil ich hier grad an der Straßenkreuzung ohne Wegschild? Das ist die Frage. Was ist jetzt gescheitert? Ich zoom jetzt gleich Navigation, Alter. Äh, äh. Wir müssen einen Treffpunkt ausmachen, wo man alle das handeln. User, join your channel. Ah, ich komm, warum rennt er hier nicht hoch? Mach da doch ein auf langsam. Und der Film ist ja auch am Start. Ja, ich hab dich mal rausgezogen, weil wir, weil wir von die Rückkopplung gekriegt haben, weil du dein Mikro irgendwie blöd gelegt hattest. Ja. So, keine Antwort ist auch ne Antwort, ich lauf am Strand entlang. Seine Geöte-Tour ist auch wieder am Start. Aktiv am Start. Achso, meine, meine Tür. Ja. Ja, macht das mal. Wir müssen uns mal gucken, wo wir uns hier wieder richtig treffen. Palota. Da habe ich vorhin zwei Städte genannt. Dann haben wir noch lange gesagt, dass dieser Kammerkart irgendwas statt und jetzt rennt ihr in eine Stadt namens Palota. Also Palota Flugfeld, wo mal gleich gestorben sind. Ich zumindest. Also wo ist das mit uns? Palota Flugfeld. Da wo der Mars gestorben ist. Voll weit, oder? Ja. Naja, es geht. Ich bin Helikopter, Mann. Zwei Kilometer. Also von uns aus ist Palota zwei Kilometer. Wir sind jetzt wieder an dieser, an diesem E-Werk Femus, wo wir damals kurz Rass gemacht haben, nachdem wir uns über den Haufen geknallt worden haben. Weißt du, wer ist das? Nö. Weißt du, wer ist das? Nö. Yö. нов Tod. Onko, wohin träufst du? skaить gerade weg von dem Zombie. Boah. Ich habe aus dem Meer nach meiner linken eine Straße zu meiner rechten und dann suche mich dann ganz dringend was zu essen. Na, so geht es mir auch. Ich kann euch jetzt sagen, wo ich bin, ich habe ein Ora-Schild. Wo? Ja Moment. Wind. Nein. Dippo-rupk. Das denn wieder? Am Meer. Ich hab ein Kürbisfeld. Ich hatte schon vier und ich hab noch nicht einen Pum gefunden. Die sehen aber so aus, als könnte ich die essen. Warum kann ich die nicht essen? Oh, mein Hungry ist feuerrot. Dann gehst du gleich drauf. Meinen ist noch braun. Ja, ja, ja. Brunnen! Ich fange es schwer. Und wenn du einen Brunnen gefunden hast, guck, dass dein weißer Punkt ihn anschaut und hämmer die F-Taste, bis du voll bist. Bis die F-Taste nicht mehr geht. Da war ja gleich wieder eine Taste vor. Die andere, die funktioniert nicht. Ich hab immer noch die gleiche. Jänger, ab und zu bleibt da eben noch stehen. Sollte mal wieder vorsichtig sein, oder? Ich würde sagen, wir biegen hier gerade in den Wald ab, oder? Ja. Ich sehe auch einen Wald. Soll'n der Scheiß. Ja, ich biege noch ein bisschen weiter ab, weil ich laufe direkt auf den Hangar zu. Das mache ich jetzt nicht. Was ist das? Das ist Wagen. Das ist Wagen. Das ist Wagen voll. Dann hast du so viel getrunken, dass du zu viel getrunken hast und dir ist jetzt schlecht. Okay. Ach so, das ist halt jetzt schon bei Lothar. Ja. Wir sind jetzt, wir haben jetzt gerade den Flughafen vor uns. Ich schlag gleich mal den Bildschirm an. Will ich sehen. Hör einem doch einfach mal zu, wenn wir reden. Hi, langsam Ohren putzen. Sag die ganze Zeit, gehen wir nach Balota, gehen wir nach Balota. Ach, ihr seid schon in Balota. Das ist die Krankheit irgendwie der Jugend. Die putzen sich nicht die Füße, dass der Dreck mal nachrutscht, dass die Ohren sauber sind. Ich laufe hier einfach einen Wolf und keiner hört zu. Was, Balota? Lass mich in Ruhe. Bist du noch hinter mir, Izzy? Ja, ja. Wieso kann ich den Beutel nicht mitnehmen? Das ist eine Blutinversion. Weil du keinen Platz wahrscheinlich hast. Du hast keinen Platz wahrscheinlich. Ja, dein Taschenzimmer. Der braucht zwei Platz, wenn du den auf den Rucksack ziehst. Okay, was kann ich rausschmeißen? Batterie und Birne. Äh, Taschenlampe. Die brauchst du auf den Art-Servern, wo wir sind, nicht. Yeah. Jetzt kann ich sterben und dich dann noch wiederbeleben. Ist das nicht toll? Nee, das ist eine Kochsalzlösung. Die regeneriert nur Blut und die muss dir jemand anders geben. Und du musst auch auf die Qualitäten der Sachen achten. Ich weiß, deswegen habe ich mir ein Shirt angezogen, das besser ist, wie meins, was ich anhatte. Also ich laufe jetzt hinterm Flugfeld entlang Richtung Schöpfer. Bist du noch hinter mir, Izzy? Blockstadt, Vierteldorf sehe ich schon. Ja, scheiße. Der Server ist fast voll. Wo bist du? Hinter dir. Was sagt denn die Serverliste? Die sagt, ein paar Spieler sind hier drauf. Mediamarkt ist sogar drauf. Ich bin noch nicht blöd. Wer nennt sich Mediamarkt? Müssen wir jetzt ganz schön gut aufpassen, Izzy. Ja, deswegen sollte man nicht am Zaun laufen. Ich muss ausgehen. Camp hat wieder einen Walter, wo wir das Battle gehabt haben. Da sind wir schon längst vorbei. Da sind wir schon längst vorbei. Ich habe hier einen Medizinschrank. Wieso kann ich den nicht aufmachen? Weil der nicht zum Aufmachen ist. Oh, ist das doof. Oh, oh. Ja, das Schlimme ist, ich weiß nicht, ob ich den Lautsprecher meines Mannes hinter mir höre, oder ob ich meine Lautsprecher höre. Meile, wo bist du jetzt hin? Am Zaun weiter entlang, Richtung Straße. Also ich bin jetzt an der Straße. Ich sehe die Straße, wo bist du? Links, links, nein, rechts. Ach, da. Siehst du mich? Ja, ja. Aber ein bisschen nah an der Straße, oder? Ein bisschen auffällig. Vielleicht habe ich es nur mal kurz gebremst, dass wir uns mal wieder sehen. Gehen wir in den Wald, da ist es schön kalt. Oder so. Oh, ich habe Haut. Ich bin die Waffe mal in die Hand, das ist mir hier zu nah an der Küste. Ich bin die Waffe mal in die Hand. Danke. Danke. Wie das? Ich bin nicht mal. Action. Cut. Action. Seit mal ich nicht auf dem Mars warten, dass der hinter uns irgendwo. Nö, ich bin der Militärboss ist. Wo ein Zombie. Kommt ihr in diesen Ort, den ich euch vorhin genannt habe, oder muss ich hier weiter durch die Gegend irren? Machen wir ihn kaputt? Machen wir ihn kaputt. Wie heißt denn der Ort? Nochmal. Der kommt aber zu dir. Da habe ich wieder den ganzen Weg zurück ran zum Orbsschild. Könnt ihr euch das nicht merken, aufschreiben oder sonstiges? Er lebt noch. Wer euch sehst. Er ist also tot. Oder zuhören. Ich habe schon zugehört, nur ich kann mir diese kyrillischen Namen nicht merken. Hepp-ho-r-p-k. Hepp-ho-r-p-k. Wo ist das denn auf der Karte? Am Meer. Famous, du hast doch die Checkung gemacht. Oh, meine Hand, Alter. Guckst du mal für eben es? Ne, ich guck schon. Bist du es da mal? Der Militärbasis, ich bin gleich da. Das tolle ist, hier sind keinerlei Türen geöffnet. Die Straße gerade runter und dann kommt die Tankstelle, da sind wir gerade. Sei schon wieder beim Flugfeld raus oder was? Ja, schon längst. Ja, also nicht lang. Ja, ich weiß schon. Alles scheint vor... Schön. Ja, gerne. Vorhalb jetzt. Ich hab hier einen Bahnhof. Ja, da lauft ihr noch ein bisschen weiter, dann drückt ihr euch. Ja, das bin ich. Boah, zogen die hinter mir. Ja, hier, ich hab dich gehört. Bahnhof? Ja, Bahnhof. Stehen bleiben. Jetzt drehen sie alle durch. Ey, so ging es mir am Anfang auch. Geil, ich hab ihn gefunden. Yippie, Party. Ja, ist bei dir ein Kran in der Nähe? Moment, ich gucke dir. Ein Kran? Wie sieht das nochmal aus? Schreib mir, schick mir meine Skizze. Du bist in dem Ort Hepnorokhov. Oder wie? Hepnorokhov. Also, das Ort würde ich dir das nicht unbedingt nennen. Das ist Tchernoborsk. Das ist quasi... irgendwie Staubfüllen. Das ist Tchernoborsk. Vorm Ort zu bremsen, sagst du viel schneller da draußen, als dass du drin warst. Valota hat zwei Kilometer. Ah, du bist da. Ich bin einem anderen Ort wie ich. Abtm... Ja, in dem Fall ganz woanders. Ne, wir sind ganz in der Nähe von euch. Also, ich bin am Meer. Du bist nicht am Meer. Du bist da neben Ort. Ja, jetzt bin ich an diesem Elektrofeld. Genau. Jetzt läuf ich da auf die Straße. Du läufst auf der Haupt... auf der Straße, wo du bist, alles geradeaus. Ich gucke gleich mal in die Häuser, weil ich Hunger habe. Ne, in den Häusern ist nichts drin, die habe ich schon durch. Ich spiele gerade Slendermel. Mein Hunger ist gleich. Das tue ich auch gerade. Komm mal, wir warten hier, bis er vorbeiluft. Dann schießen wir ihn ab. Ne, ich würde mal gucken. Wir schauen mal, dass wir unsere Zweiter finden. Weil wir sie noch rechtzeitig erreichen. Ihr seid doch schon am Flugfeld, oder? Wir sind am Flugfeld schon vorbei. Das ist doch gleich in Czerno, oder? Das ist doch Czerno. Ich bin vom Flugfeld. Wir sind schon dran vorbei und laufen in die Stadt rein. Das müsste Czerno sein hier oder sowas. Ah, hier läuft nach Czerno rein, okay. Diese Riesenindustrie, weil wir gucken, dass wir Bronco und meine Frau fortwischen. Ich sehe schon, Famous zieht mich, er tötet mich. Jetzt hier links, oder? Das ist die Frage. Jetzt bei diesen Blockhäusern. Wenn wir jetzt kurz warten, kommt der Mars hier. Hinten gleich angewandt. Also warten wir kurz auf ihn, oder? Ja, dann warten wir hier geschwind. Ja, ich bin ja auch da. Mal gucken, ob wir in den Häusern hier was finden. Oder wenn wir Glück haben. Nein, ansonsten, wenn die zwei halt nochmal draufgehen, die hatten ja noch nicht viel. Wir sind jetzt in der Nähe. Ich hatte immerhin schon einen weißen Motorradhelm. Sag dir nicht viel. Ich habe einen grünen Motorradhelm. Unten und ein Dingensbumenshemd und ein Dingensbumenshandschuh. Man freut mich nicht so über kleine Sachen. Hauptsache, das gibt ein Dingensbumens. Und Seil habe ich auch schon. Und ich habe sogar schon mit dem... Den Kran, den du meintest, steht ja irgendwo in der Nähe vom Meer. Ja. Bleib, wo du bist. Also, da ist das Flugfeld bei mir. Ja, wir sind am Flugfeld vorbei. Alter. An der Küste. Nach Cerno, oder? Ja, Richtung Cerno. Seid ihr da an der Straße unten, oder? Wir sind gerade in der Nähe von diesem großen Industriegebiet, weißt du, wo diese großen Silos und Hallen sind, weißt du? Ich bin einstatt Papalot. Meine Karte ist gerade ausgegangen. Pepsi, jede Menge Pepsi. Ja, dann nimm mal mit für unsere zwei und auf jeden Fall. Pepsi schmeckt nicht gut. Hey, ich hätte denn Coca-Cola. Ja. Pepsi nehmen, was haben wir hier? Eine Machete. Ich würde mich ganz gerne im Kürbisfeld verstecken. Dann mal, wieso bin ich eigentlich ein Kerl? Weil ich wollte einen weiblichen Charakter. Muss ich nochmal töten, dann bist du weiblich. Sehst du mehr als ein Kran, Bibi? Ich sehe mehr als ein Kran. Ich sehe vor mir wieder zwei Kräne, die, also... Links mehr. Hast du... Mitte Straße, auf der ich... Ja, ich stehe mitten auf der Straße. Hey, guck, da ist er. Hast du Platz für diese Jacke? Weil ich kriege die nicht in meine Tasche rein. Hey, Handschuhe. Der Zombie. Ist das jetzt wieder so reinglitscht, der Zombie? Warst du schon so easy? Ja, weiblich. Ja, Bibi, da hinter mir her, hinter dir ist ein Zombie. Ja, schau wieder. Seid ihr bei der Tankstelle noch oder seid schon... Noch in der Stadt rein. Ich suche jetzt auf einmal hinter mir ein Zombie. Ich komme gerne mal von überall her. Wir sind letztens durch den Wald her. Wo bist du jetzt hin? Hinter dem Haus. Wo bist du? Wir sind letztens quer durch den Wald gelaufen. Ich stehe hinter dir. Wir hatten auf einmal im Wald sechs Zombies hinter uns. Also von dem her... Famous, Easy, wo bist du? Ich gehe gerade wieder vorne, wo wir gerade waren. Da kommt der Mars angelaufen. So, und wo laufen wir jetzt hin? Tja, ich würde mir sagen, geradeaus. Jetzt treffen wir uns erstmal alle. Okay, alles klar. Am Baum. Nein, wir treffen uns nicht alle. Herr Goh, Sacra Mentedo. Warum nicht? Ich jetzt zum 20. Mal gesagt habe, dass wir uns treffen. Wenn er jetzt wieder fragt, treffen wir uns dann bald alle. Kriegen wir einen Kollaps. Wir treffen uns schon nicht zu, ne? Wir treffen uns, oder? Echt? Jetzt treffen wir uns auch schon alle, oder? Wir treffen uns in Tjano, oder? Wir treffen uns in Tjano, oder? Wir laufen rechts, das ist ein Zombie. Alles klar. Wir sind links gelaufen. Das ist der, der mir schon die ganze Zeit hinterher rennt. Der will was von dir. Ja, habe ich auch die Vermutung. Aber der reagiert nicht, wenn ich sage, ich bin verheiratet. Das interessiert den nicht. James, wo bist du? Der ist ja nicht vom Wald. Wald. Mars, du? Da muss der gar nicht angerannt kommen. Was heißt, wenn wir da vorne links mal in die großen Häuser gehen? Da bin ich voll dafür, weil ich brauche dringend was zu essen. Ich habe eine rote Kette im Bild. Weil die habe ich öfters. Ich sehe Tjano schon, ich bin gleich da. Ja, wir sind am Anfang von Tjano. Ja, was auch immer das von mir will. Ja, guck mal, dein Hunger und dein Durststand, die werden wahrscheinlich schon dunkelrot sein. Bei euch sind da auch so Züge auf den Gleisen? Nein, bei uns sind keine Züge, bei uns sind Kräne auf den Gleisen. Bei den anderen zwei, Malle und Easy. An der Tanke bin ich jetzt. Da sind wir auch schon vorbei. Wo Minato mal ins Wasser gefallen war. Ja, ich glaube, das ist das, ja. Wie links laufen? Machst Minato aber nicht nach. Nein, habe ich nicht vor. Die Tür ist zu, sehr schön. Also ich bin jetzt am Ortsschild von Czerno. Ja, super, ich weiß doch, wo das ist. Hier ist Blut. Hypnoporock, oder wie das hier heißt. Blut ist nie gut, Tobi. Der Server wird voll. Oh mein Gott. Ja, der Server ist langsam richtig voll. Hier mein Mongo, ab dem Server. Aber eben sagt sie noch, sie macht alle Türen hinter sich zu. Warum macht sie gern hier nicht zu? Ja, wenn ich rausgehe aus dem Haus. Oh, da liegt was im Regal. Es regnet, es regnet. Oh, geil, eine Machete. Was hast du gefunden, Schatz? Eine Machete. Immerhin schon mal was. Ich habe eine Dose Cola gefunden. Ich bin bewaffnet, ich habe eine Dose Pepsi. Sie los, ich sehe Sie, Sie los. Ich bin gleich da, Jungs. Wenn du eine Pepsi hast, dann pfeifst du dir gleich mal rein. Was ist das denn hier? Da ist ein Wolf drauf. Seid ihr da vorne drin oder draußen? Wir sind noch draußen an der Straße. Oh, trinkst du da? Also wir haben die Straße links und den Wald rechts von uns. Mein Gott. Wenn ihr was findet, essen, trinkt und pfeift es euch rein. Trunken habe ich. Kann ich das dann wieder wegwerfen? Das schmeißt sich von alleine weg, wenn es leer ist. Meißt sich von alleine weg. Super. Nach vorne rennt einer. Geh mal hoch. Wo seid ihr? Hin umdrehen. Umdrehen. Den Bunsenbrenner hier brauchen wir nicht, oder? Den habe ich da hingestellt gehabt. Da ist eine Dose. Ja, fahr der hin. Da. Alles gut. Kann ich aber aufmachen mit meiner Waffe, die ich gerade gekriegt habe. Hallo, Pess. Du verlierst halt einen Haufen. Du verlierst halt was von der Nahrung da drin, aber besser als war nichts. Also würde ich sagen, Mars, wo bist du? Balota. Also wir sind da bei Cerno. Du kommst ja nicht vorbei. Oh Gott sei Dank, endlich mal was essen hier. Ja, der Mars fehlt noch, was? Hallo, Taro. Mein Typ, der braucht ewig lang, Mann. Der muss abnehmen. Wenn der fertig ist mit Essen, dann wirft er das weg, oder? Wenn es leer ist, ja. Ist es aber nicht. Hallo, Balota. Ich werde eh gleich sterben. Du hast bei so Essensdosen, hast du Prozentanzeigen. Solange die was voll sind, hast du was zu essen davon. Ist es auf null Prozent, löscht es sich automatisch. Wenn nicht, schmeißt es einfach raus. Hm. Hm. Na, Gott sei Dank. Ich bin endlich wieder gelb. Ja, ich habe auch noch Hunger, aber ich bin nicht mehr feuerrot. Wie ist es auch noch was? Siege spielte. Nein, gar nichts. Hammergeil. Also, kann man wieder raus, oder? Ja, würde ich sagen. Wie lang? So, jetzt bin ich beim Zeltlager. I have some. Was für ein Dingens. Aber was schön ist, ich habe zumindest schon mal... Wie gucken? Also, mit uns sind es jetzt 25 auf dem Server. Geht ab! Ja, ja. Die Aktivfälle. Das ist schön, ich habe eine Machete, nehm nur die Rohrzange mit. Mach ich? Das ist ja schon mal besser als gar nichts. Also, ich bin jetzt gleich bei den Züge da. Die Rohrzange braucht aber vier Plätze. Ähm, die musst du dir in die Hand ziehen. Hast du in der Hand schon eine Waffe oder sowas? Nein. Dann zieh sie da oben hin, da wo dein Helm und so weiter ist. Helm, Handschuhe, Schuhe. Die hat dann so vorab einen Platz. Hey, der sieht cool aus. Können wir da die Treppe hochgehen? Schauen wir mal. Litterisch. Das ist schon so viel. Ab Hunger. Ja, hier liegt ein Rucksack, ist das cool. Bobby, hier liegt noch eine Rohrzange. Trotzdem regnet es. Obwohl du aufgegessen hast. Einer ist mehr. Nö, bei mir regnet es nicht mehr. Ja, gut, ein Rucksack. Sehr schön. Der Heiche, mein Orange in den Rucksack. Ich auch. Dann nehme ich die Brechstange aber auch gerade mit. Ich habe Stiefel gefunden. Oh, cool. Glaube ich. Verändern die bei dir auch die Hautfarbe? Die Handschuhe, die ich vorhin gefunden habe, die haben aus mir aus einem dunkelpigmentierten Charakter einen hellpigmentierten gemacht. Ich kann die Schuhe nicht anziehen. Die fahrenden Schuhe erst ausziehen und dann neue anziehen. Ich kann die Schuhe nicht mehr auswählen. Ich sehe die gar nicht. Okay. Wo bist du? Mach die Augen auf. Oben? Ja, ich bin die hinterher, Schatz. Disney ist oben. Du warst gar nicht mehr oben. Doch, hier, guck mal. Ich war hinten in dem Büro. In dem Büro? Ich hatte noch was zu tun, deswegen musste ich ins Büro. Ach so, okay. Also ich bin die mit dem grünen Helm, mit dem Holzfällerhemd. Und der grünen Rucksack. Da vorne steht ein Zaum. Wir stehen hier ziemlich gefährlich. Also ich bin jetzt gleich da, ich bin Tanzfäller. Jetzt guck mal hier erstmal durch, vielleicht finden wir für dich ja auch noch einen Rucksack. Seht ihr mich schon? Ich nehme die Waffe in die Hand, außerhalb der Rote Kette. Indem du LED-Taste drückst. Entweder das, du hast unten auch einen Zahlenblock, da kannst du die Waffen auf eine Kurztaste legen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und so weiter. Oh, wie ein Zahlenblock. Du machst Tab auf. Ah, da habe ich dann. Und dann ziehst du die dementsprechende Waffe einfach auf die dementsprechende Zahl und dann drückst du die Zahl und dann wählst du das aus, was auf der Zahl liegt. Hallo. Wieder auf der Kuschel. Drückst du die Zahl wieder, trugst du das, was du in der Hand hast, wieder in deine Tasche packen. Waren wir in diesem Haus hier schon drin, Tobi? Ja, waren wir. Da waren wir drin? Ja, da hast du was zu essen gefunden. Alles klar. Aber egal. Hier sieht alles so gleich aus. Tankstelle. Machen wir kurz einen Break. Warten wir, bis er kommt. Das war schon wieder mit dem Part. Und wir sehen uns im nächsten Part. Wir sind raus. Tschö. 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 Tschö.